Jetzt ist grün. Okay. Warte. Aber aus grün und gelb. Oh. Ich bin geschafft. Okay. Okay? Ich glaub schon. Okay. Okay, weiter geht's. Ich muss andere Seite. Warum? Weil ich das da gerade frei gemacht hab. Ich dachte, ich schaff das. Okay, und jetzt? Und ich? Ach da. Hey, ich bin gestorben. Oh scheiße, ich auch. Oh Mann, ich wollte dich nur ärgern. Das ist nicht lustig. Los. Los. Erster. Ja. Okay, scheinen wieder zu funktionieren. Okay. Aber kein Zuschauer. Wir sind ganz alleine. Ja. Ja. Ich geh zu. Okay. Ender der Rhyme. Das ist es. Wir sind hier. Perfekt. Danke für die Rhyme. Ich geh zu. Ich geh zu. Ich geh zu. Okay. Ender der Rhyme. Das ist es. Wir sind hier. Perfekt. Danke für die Rhyme. Ich muss Frosch nehmen. Hä? Ach du musst irgendwas machen drinne. Ich bin auch so probiert gerade, ne? Ah, okay, okay. Okay, okay. Und den Angler noch. weiter. Äh. Ja. Ich versuch. Boah. Ui. Hä? Oh mein Gott. Ich bin falsch gesprungen. Oh mein Gott. Oh nein. Ist mal ne stresstuf Kerze. Warum bleibt der oben und die anderen nicht? Weiß nicht. chat, ich brauche einen Aktivitätscheck! Oder geht hier grad alles kaputt?!? Darüber muss ich. Ich hab irgendwas gemacht?! Okay. Okay, Aktivitätscheck ist da. Hallo. Krische Schwedenesariamente. Junge Oma fehlt gar nicht. Oh, wir haben geschafft Okay, das war ziemlich easy, oder? Ah, es kam kein Bosskrank. Wo waren die Bosse? Oh, schön. Der ist noch gar nicht kaputt. Oh, oh. Doch, wohl kaputt. Oh, schön, wie alles anfängt zu blühen. Und alle stinken nach Poops. Du stinkst nach Poops. Du! Äh, äh. Du bist 25. Lass mich rein, das Buch kommt wieder. Auf geht's. Bestimmt hier. Oh, Schneckenrennen. Hier. Schneckenrennen. Wette. Omi. Alpino, wette. Wette. Hey, Cody. Over here. Warum rufst du mich? Ich bin direkt neben dir. Wette, war schon. Ich glaub, die ist aber wieder weg. Oder? Wir können anfangen. Okay. Ja, okay. Zusammendrücken, zielen. Zusammendrücken, zielen. Pfff, keine Ahnung. Testen. Was meint der mit zusammendrücken? Ich hab keine Ahnung. Ah. Das ist doch unfair. Oh. Ach komm. Ach komm. Hä? Ich kann mich mal lenken. Ich kann mich mal lenken. Ey, ich kann mich mal lenken. Es. Ach komm, das zählt doch nicht. Bye. Bye. Ach komm, das zählt doch nicht. Doch. Nochmal. Nee. Bei deiner scheiß Schauke hat's auch nicht gezählt. Los nochmal. Okay, nochmal. Du bist eine Sauber, was schlecht ist. Gar nicht wahr. Hallo von Matterhorn. Hallo. Ach komm. Deine Schnecke scheiße. Die schummelt. Ach komm. Deine Schnecke scheiße. Nein. Ach komm, das zählt nicht. Ja. Ja. Doch, das zählt. Nee, das zählt nicht. Doch, das zählt wohl. Was denn, Entschuldigung? Nö, zählt nicht. Was denn, Entschuldigung? Eine Runde. Zählt nicht. Was, eine Runde? 1-1. Letzte Runde. Komm. Komm. Ich kann meine Niederlagen auch einsehen. Wir brauchen das für die Wette. Warum? Es ist 1-1. Komm. Ach. Die Runde zählt. Nein. Nein. Das ist doch ein Betrug! Nein! 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 Komm schon! Komm schon! Nein! Ach, fuck! Okay, du hast gewonnen. Okay. Okay. Ich habe gewonnen. Ach, komm! Das ist gar nicht. Du warst voll am Spitz. Du, komm! Oh! Okay. Ah, Treppe. Okay, du musst sagen, wo ich anfangen muss. Hä, wie? Links, Mitte oder rechts? Ganz, ganz links. Jetzt in der Mitte. Okay, ich bin dumm. Ich bin so dumm. Okay, du musst nochmal ganz links. Mila, bist du besoffen? Er ist doch ganz links. Nein, ganz links. Das ist doch ganz links. Ja, passiert aber nichts. Doch, die sind doch ausgefahren. Nein! Jetzt. Okay. Ganz rechts. Ganze! Nein! Nein! Scheiße! Warum denn mich? Hast dich selber. Was machst du denn? Ja, ich guck doch nicht auf deinem Bild, Sheeran. Ganz rechts. Mitte. Ganz links. Ach so. Mitte. Nein! Nein! Oh! Ganz rechts, ganz rechts, ganz rechts. All right, you made it. Nice jumping. Oh, jetzt kommt der Endboss. Was? Was? Was ist mit dem Endboss? Wir müssen den irgendwie wecken. Ah. Ah. Ah, siehste? Ah, ich muss in den Blumentopf. Oder? Oder ich muss alles voll machen. Und das mag der Endboss jetzt gar nicht. Ach, der ist schon gut. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Weg. Okay, los. Los. Weg, weg, weg. Ich hab ihn. Ach komm. Ich hab ihn wieder. Ich hab ihn wieder. Ich hab ihn wieder. Ich hab ihn wieder. Und das ist nicht der Endboss. oh man geht schlafen okay schlaf gut umi ich hab die lampen angemacht die wärmelampen oh 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 Komme Komme weg Mach ich bereit? Mach ich bereit? Mach ich bereit. Mach ich bereit. Mach ich bereit. Alles klar. Los geht's. 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 Oh. Yay. Ach, wir müssen Gebiete bereinigen. Aber da ist doch jetzt noch der Endpost, oder nicht? Da, der. Ende? Nee, ist doch nicht Ende. Oder? Ach. Und Tabasco, dankeschön für 420-Bitzy jeden Tag. Merci für 20 Minuten. Dankeschön. Da ist der Infos. Ich glaub, sie mag dich nicht mehr. Nur weil ich den Blumentopf geprisst hab. Ich bin eine Tomate. Flitzen. Das muss ich machen. Wer ahnt? Vielleicht dürfen die mich nicht töten. Aber ich kann nichts machen. Ich kann die nicht angreifen. Ich aber. Hab ich. Du musst den Schleim wegmachen vom Boden. Okay. Jetzt kann ich die nicht angreifen. Du bist die Schleim-Entfernungsbeauftragte. Oh, schnell. Oh, meine Tomate ist kaputt. Mach den Schleim weg. Ich komm jetzt selbst in die Fresse. Du musst den links hauen. Den Arm. Links. Hau den. Ich komm jetzt hin. Ich komm jetzt hin. Ich komm jetzt hin. Ich komm jetzt hin. Oh, was? Aua. Boah, mein Hammer ist geklappt. Ah. Das gefällt der gar nicht. Nnen. Wo bin ich? Da. Ach, du Schein. Nene. Überall rein noch. Okay. O-oh. Irgendwas passiert hier. Du musst ihn übermachen, Jops, oder? Gerni. Ach du Scheiße. Ich hab keine Special-Attacke mehr. Ganz nach links. Mitte, Mitte, Mitte. Links. Rechts. Ganz nach rechts. Ja, ja, ja. Oh, oh mein Gott. Das Frequenz ist hier. Ich sterben, ich sterben. Fick dich, Pflanze. Fick dich. Du bist böse. Ich werde dich rauchen. Flitzen. Sieht das auch immer auf dich? Wer ist deine Familie? Du musst den Ding schwenken. Flitzen weg? Nein, hier. Hier ist es. Flitzen weg. Flitzen weg, hier auch. Flitzen weg. Fick dich. Kommt denn jetzt schon wieder? Ihr wählt wieder ihre Schwachstelle. Oh, ich platze den Kopf jetzt. Du musst den links abschneiden jetzt. Ja. Den Arm. Nein, du musst hochkommen, glaube ich. Okay. Und dann hinten das kaputt machen. Ach, die Pflanze ist infiziert. Ich glaube, die ist gar nicht böse. Oh, Trey, doch. Doch, oben auf dem Kopf noch. Ja, stimmt. Oh mein Gott, pass auf. Oh Gott. Du wirst mit Teller. Mhm. Da müssen wir bestimmt... Die werden bestimmt jetzt geflippt. Oh Gott, oh Gott. Ja, und jetzt? Ach, du Scheiße. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Mama 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 Sounds Oh mein Gott, die gehen kaputt gerade. oh mein gott hier okay Fick dich, Pflanze. Und jetzt kommt jetzt Limette statt Zigarette. Deine Nase. Du hast einen Freund in mir. Mach den Schleim weg. Ich mach doch schön. Den oben kann ich nicht töten, den musst du verholen. Oder? Schleim weg. Und was für eine Wette geht das denn gerade im Chat? Schleim weg. Link. Rechts hier. Ähm. Was hat er? Schleim weg. Okay, ich glaub wir haben es. Nächste Minigame, okay. Du musst hier gießen. Bei mir. Mina, komm. Ich komm zu dir. Oh no. Nein, kaputt. Oh mein Gott, diese kleinen Dinger. Huh. Ende. Wow. Schön. Wow. Oh mein Gott. Joy. Joy, warte, wenn ich wieder groß bin. Nein, dann reiß dich aus deinem Topf und werf dich in den Mülleimer. Oh mein Gott. Biotonne. Danke. Ihr habt den Prolog des Spiels geschafft. Geht's jetzt. Ich bin sorry. Der Timmer sagt, egal, wir haben Fanti getötet. Ach Timmer, leb nicht in der Vergangenheit. No one can take your dream from you. Dem geht's doch schon lange wieder gut. Ja, der wird repariert. It's all up to you. Will you give it up again? Ich hab grad Nachricht bekommen, ich bin 54, 30 Prozent. Also 70 Prozent noch. Schafft das heute noch. Oh. Wir haben den gar nicht getötet. Der lebt bestimmt schon wieder. Genau. Mittlerweile 40 Stunden vergangen, der hat immer noch nichts gegessen. Und die Eltern pennen immer noch. Boah, erinnerst du dich noch an den Dino da im Hintergrund? Ja. Oh, und dann den Klauen? Und dann den Dingskraken? Mhm. Die haben wir alle gekämpft. Wie ist das? Oh shit, hier we go again. Nummer vier. Und jetzt, wie du findest du deinen Ziel in der Welt? Du, ha, Passion. Hey, den hatten wir schon. Passion, wieder? Nein, 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 nein. Das war Cody's Passion. Jetzt ist es Zeit, um dich zu finden. Nein, nein. Ich habe keinen. Ich habe keinen Spaß für etwas. Sie macht es. Ja, singen. Oh, come on, Cody. Was? Ich liebe dich singen. Es war schön. Ich weiß nicht warum du das nicht mehr tun hast. Genau, singen. Sing. Was? Soll ich die nächsten Monster jetzt in den Schlaf singen oder was? Du fährst ein Freund in mir. Auch wenn es kalt ist und noch scheiße stinkt. Und du machst Piano. Oder die Triangle. Oh, oh. Ich weiß genau, was da drin ist. Oh, nein. Ist das peinlich? Das wird peinlich. Welcome to the concert hall. May, it's time to sing. Oh, nein, nein. Ich kann nicht singen. Ich habe es für Jahre gemacht. Herr Shape, es ist deine Ehre. Ich habe es für Jahre gemacht. Es geht ein bisschen. Oh! Oh! Oh, Jettosi! He sure does, Kody, and you will help her find her voice again! Ihr seid Funti-Mörder. Wir haben keinen Funti getötet. Zeigt mir den Clip. Lüge. Ihr habt alle hingeschaut. Ich hab grad gesagt, wir haben das nicht getan. Oh mein Gott. Oh, ich bin Captain America. Und du bist der Hulk. Nein, ich sing einfach meine Feinde in den Schlag. Du bist Pummelow. Ich bin nicht mehr Puffikchen. Und ich bin Captain America. Oh, hier sind wir. Spielzeugautos. Komm, ich zieh dich ab. Und das Kinderkarusel. Ich glaub, die Wette ist schon am Start. Oh nein, das kann ich nicht. Leute, nicht auf mich. Doch. Ach so, nur beschleunigen? Ja. Aber du bist ein Mädchen. Du hast keine Ahnung, wie man hier beschleunigt. Das ist dein Problem. Linke Maustaste. Ja, aber du weißt was nicht. Was? Genau das meine ich. Ach so, oh, ich bin schon wieder drin. Du bist ein Mädchen. Du kannst das nicht wissen. Oh, okay, 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 okay. Dann war das eine Proberunde. Ach so, ich check mich, wenn ich wieder drin bin. Ich wusste genau, was das ist. Ich überwunde dich gleich. Oh. Du bist ein bisschen schlau da, May. Oh. Karriere-Bahn, voll geil. Ja, okay. Okay, ich hab verstanden. Nochmal. Hä, warte mal. Der Chad entscheidet. Okay. Hab ich gewonnen oder nochmal? Ne, Oma. Oma's weg. Fuck. Alpino. Alpino entscheidet. Best of three. Alpino hat entschieden, nochmal. Okay. Okay. Also best of three. Oh Gott. Ach, komm schon. Du bist halt kein Junge. Du hattest nie eine Karriere, Wahn. Ja, das stimmt. Ich hatte eine. Ich muss gar nicht versuchen. Hä? 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 Ich hab dich überholt. Hä? Ich war die ganze Zeit am Führen. Ich hab dich überholt. Ich war die ganze Zeit am Führen. Ich hab dich überholt. Hä? Du hast mich gar nicht überholt. Hab ich doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Ich war die ganze Zeit vorne. Nein, ich hab dich gerade überholt. Und dann bist du rausgeflogen. Ich war meilenweit weg. Da hab ich schon eine Runde gemacht. Aber das... Lüge. 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 Ansichtssache. Ach, fucker, you. Betrügerin. Gar nicht wahr. Fuck. Ich bin die ganze Zeit vorne. Nee, du kommst mir jetzt mit... Nein! Führst du jetzt? Ja. Fuck. Aber du bist zu gierig. Du bist zu gierig. Fuck. Du bist zu gierig. Okay. Frisch Staub. Ja. Ja. Nein. Winning. Okay. Ja. Ich hab gewonnen. Not bad. Okay. Not good. Ich hab dich ja mal abgezogen. Ja. Das war... Glück. Und das erste Mal hab ich's nicht verstanden. No regrets of Booster to be. Okay. Oh, guck mal, diese Schaummatten hab ich hier auch an der Dings. Oh, es leckt. Oh, das sieht auch cool aus. Tonstudio. Von Snoop Doggy Dog. Guck die Dinger hier, hab ich ja ne Wand. Your voice is powerful, man. Never forget that. Oh, nein. Ich kann's anschreien. Oh, du bist zu trinky, mit dir. Oh, VHS. Weißt du, was ne VHS ist? Ja, klar. Ja? Ja. Ist doch nur so klein. Kassette. Kassette 26. Du nennst meinen ersten Sohn. Kassette. Justin, mach mal Ausrufezeichen Z. Irgendwas muss ich machen. Ah, ach so. Boah. Ich dachte, das ist ein Dancefloor. Ah, nein. Nein. Brrr. Ich bin ein bisschen zu... Stand on. Guck mal hier, One Night in Paris. Oh guck, hier fangt die Murder 3. Demos. Demos. Voll geil, das sieht so gut aus. Mikrofon, nee, musst du reinsingen. Du musst da singen. Damit, ah, warte, ja. Fett, was ist denn eine Stimme? Wie bist du jetzt da rübergekommen? Na, ich hab... Dann so ziehen und dann... Nochmal, gib mir den Bass. Hä? Was jetzt? Oh, Smooth Criminal. Wir sind Michael Jackson. Ich will auch Geld reinwerfen. Brauch dich. Oh. Oh, geile Jackson. Ja, geil. Oh, wir sind in der Jukebox. Das ist ein richtiger Cat Jam Moment. Du kannst mich hören? Du kannst dich hören. Ja, geil. Oh, mein Gott. Haha, wie ist das? DJ Peanut. Ja. 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 weiter. Komm zurück. DJ Peanut in the House. Sing. Ich kann nicht. Das lädt sich immer auf. Voll geil. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, du musst ins Niiiigo. Hey, this speaker has an antenna on it. I bet it's connected to your microphone. Okay. Ähm. Oh ja. Ja, 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 ja. Los, stimm ins Mic. Ich mein Schrei. Ich bin alles kaputt. Ich bin mein Name-Bot. Ach so, Schrei. Warte. Äh, ich glaub, du musst es hochschieben, oder? Aber vorher diese anderen zwei Knöpfe vielleicht noch? Okay, warte, ich muss das hochmachen. Und dann mit dem Ding zum Mikrofon gehen, und dann gibt's genug Bass. Oh, ich muss das hochschieben. Ich muss das hochschieben. Ja. Okay. Okay, gib alles. Voll cool. Okay, das ist das coolste Level. Das ist auf jeden Fall ein bisschen das coolste Level. Nee, obwohl am Anfang mit dem Fisch und so, das sah schon, das sah schon cool aus. Oh, der Toasty gesagt. Der Toasty gesagt. Der Toasty Fan. Stimmt, die Uhren waren okay. Eigentlich ist das ganze Spiel einfach nur absolut krass. Komm, ich bin ein weißer Ritter. Ich bin tot. Ach, du würdest mich töten. Ach, Quatsch. Wir brauchen auf jeden Fall die Energie. Was ist das denn da vorne? Oh. Nein. Gott, ich hasse dich. Okay, okay, du musst mir eine Farbe sein. Oh Gott, was ist denn jetzt los? Wow. Okay, B. Was ist B? Was ist eine Farbe? Ich habe grün, lila, rot und gelb. Grün? Grün, okay. Mach mal lila. Lila, okay. Okay, mach mal gelb. Okay. Die B. Mach mal was, Anglers. Okay, dann Angler. Ne, das geht auch schon. Mach nochmal. Ach so, okay. Äh. Ja, jetzt, äh, lila. Ach, das war grün. Tschuldigung, Tschuldigung. Oh, wieder nichts, der Angler. Ja. Nochmal. Nochmal wieder das Angler, wie gerade. Nein, das Angler, Angler. Ach so. Nochmal. Nach vorne wieder, lila. Glaube ich. Nochmal. Nach links. Gelb, glaube ich. Nein, nein. Wieder lila. Äh, versuch mal grün. Ja. Ähm. Du, gelb. Ah, jetzt sehe ich die Farben auch. Oh mein Gott. Rot. Oh. Nein. Grün, meine ich. Grün, grün, grün. Ja, was dann jetzt? Nochmal grün? Grün, grün. Nochmal grün. Nochmal grün. Nochmal grün. Äh, jetzt lila. Okay. Und der Schett ist mich wieder. Hm. Man konnte die Farben nicht so gut erkennen. Chat, ihr seid doof und ärgert nur. Und das, obwohl ich extra Dienstag online komme und euch das Spiel zu spielen möchte. Er geht immer nicht trotzdem. Oh. Oh geil. Oh mein Gott. Was? Aua! Boah, wir haben den Jam! Oh! Du musst irgendwas machen! Oh, ach so! Glaube ich! Du bist falsch gesprochen! Du bist falsch gesprungen! Nee, ich war schon hier! Aber warum Leggy? Es geht nix. Oh, ich hab mich selbst getrillt. Alter, die CPU... Ich hab mich selbst getrillt. Vielen Dank.